Aber ein bisschen sieht man es noch. Herzlichen Glückwunsch Nathalie, zwei Zehntel dann doch am Ende Vorsprung. Aber wie groß ist diese Erleichterung? Die muss ja groß sein bei diesen Emotionen, die man gerade sieht bei Ihnen. Ja, wahnsinnig groß. Ich hatte ein Ziel, das war hier zu Hause gewinnen zu können. Das ist nach den Olympischen Spielen, also dem Olympiatitel, es ist so geil hier zu Hause einfach diese Möglichkeit zu haben. Und oh Gott, oh Gott. Und dann haben wir Sie da hocken sehen nach dem ersten Durchgang, wo ein paar Patzer drin waren und Sie trotzdem vorne waren. Was war da los? Was ging Ihnen durch den Kopf? Sie konnten gar nicht aufstehen. Ja, ich war einfach, ich glaube, ich habe den Druck einfach unterschätzt. Ich habe mir ja so viel, ja selber so viel Druck gemacht vor dem Lauf. Und ich bin so schlecht gefahren, wie ich eigentlich, ja wirklich die ganze Woche überhaupt nie gefahren bin. Und ja, war dann eigentlich fix und fertig, weil ich dachte, hey, du kannst es doch, zeigst doch einfach. Und ich habe es aber einfach nicht hingekriegt. Und ja, dann habe ich wirklich im zweiten Lauf einfach versucht, Spaß zu haben. Um Spaß zu haben, bei der Kulisse da nochmal runterfahren zu dürfen. Und ja, es ist ja ganz gut ausgegangen. Allerdings, das kann man sagen. Es gab eine sehr herzliche Umarmung mit Martina Kocher. Erklären Sie das? Wir verstehen uns wirklich sehr gut. Und sie konnte gestern hier gewinnen. Sie ist quasi, ja, das erste Mal überhaupt auf dem Podest gestanden und dann gleich Weltmeisterin geworden. Und heute genau umgedreht. Also das ist, glaube ich, so ziemlich das geilste Wochenende überhaupt. Dann genießen Sie den Moment in Ihrer Heimat mit all den Familienmitgliedern und Freunden. Dankeschön. Glückwunsch, Nathalie Geisenberger. Wir sind durch.